Webasto ist einer der weltweit führenden Hersteller von Heizungen und Klimaanlagen im Automobil- und Nutzfahrzeugbereich. Mit über 100 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung von automobilen Komfortprodukten haben wir uns auf die Entwicklung von effizienten Heiz- und Klimasystemen für Verteidigungsfahrzeuge spezialisiert. Alle Webasto-Produkte müssen internationalen Prüfbedingungen und harten Dauerbelastungstests standhalten und durchlaufen bei der Herstellung strenge Qualitätskontrollen. Webasto bietet seinen Verteidigungskunden leistungsstarke und zuverlässige Klima- und Heizlösungen für jedes Umfeld. Alle gängigen Militärstandards werden berücksichtigt, wie zum Beispiel Klimazonentauglichkeit von minus 46 Grad bis plus 46 Grad Celsius, Schock- und Vibrationsbeständigkeit sowie Radiowellenunterdrückung. Mit Thermosystemen von Webasto sind sie auch unter extremen Klimabedingungen jederzeit einsatzbereit, weltweit. Bei eisiger Kälte, tropischer Hitze und im schlammigen Gelände. Die effizienten Luftheizsysteme von Webasto sorgen für schnelle und leise Erwärmung von Führerkabinen, Frachtbereichen, Mannschaftszelten oder Unterständen und halten konstant die gewünschte Arbeitstemperatur bei ausgeschaltetem Motor. Die Airtop-Systeme sorgen für zuverlässiges Enteisen und Entfeuchten. Die Luftheizgeräte können mit Diesel, Benzin oder allen Militärkraftstoffen betrieben werden. Durch ihre kompakte Bauweise lassen sie sich schnell und einfach im Innenraum oder außen am Fahrzeug installieren. Jederzeit sicher den Motor starten, auch in extrem kalten Regionen. Die leistungsstarken Wasserheizsysteme von Webasto bringen auch große Motoren auf optimale Starttemperatur. Zusätzlich können Fahrer- und Mannschaftskabinen schnell und konstant geheizt werden. Ein weiterer Vorteil, keine Wachsablagerungen oder Feuchtigkeit in Dieselkraftstoff und Hydraulikflüssigkeiten. Kaltstarts und Motorleerlaufzeiten entfallen. Der Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen Kosten sinken. Die Lebensdauer des Motors verlängert sich. Der CO2-Ausstoß verringert sich. Keine Motorengeräusche bei beheizten, stillen Beobachtungseinsätzen. Unter tropischen Bedingungen ist eine zuverlässige Kühlung unverzichtbare Voraussetzung für die Einsatzbereitschaft von Besatzung und Ausrüstung. Die Webasto-Klimasysteme sorgen für optimale Klimatisierung von Fahrzeugen, Containern oder Zelten. Dafür bieten wir maßgeschneiderte Produkte für ihren individuellen Einsatzzweck und einfach zu installierende Nachrüstklimasysteme an. Ob Standardprodukt oder Neuentwicklung, die robusten und leistungsstarken Thermosysteme von Webasto heizen und klimatisieren Verteidigungsfahrzeuge in extremen Einsatzgebieten rund um die Welt. Auch für Ihr spezifisches Projekt finden wir gerne eine maßgeschneiderte Lösung. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen. Besuchen Sie uns im Internet unter www.defans.webasto.com. Webasto – Feel the Drive